Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Lernzyklus über den Prozentsatz. Ich zeige dir jetzt ein Beispiel, wie so eine Rechnung zum Prozentsatz ausschauen könnte. Los geht's! Folgende Aufgabe habe ich für dich mitgebracht. Und zwar, bei der letzten Mathematik-Schularbeit haben sechs der 24 Kinder, 24 und 6 ist sehr wichtig, dieser Klasse ein Sehrgut bekommen. Wie viel Prozent der Kinder dieser Klasse sind das? Ich zeige dir jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das rechnen kann. Die erste Möglichkeit ist sehr einfach. Starten wir gleich damit. Man muss sich hier eigentlich zuerst nur mal überlegen, was ist ein Grundwert, was ist Prozentwert, Prozentsatz, was suche ich überhaupt und dann die richtige Formel wählen. Also schreibe ich das hier jetzt gleich mal auf. Einmal brauchen wir einen Prozentwert, wir brauchen auch einen Grundwert und wir brauchen einen Prozentsatz. Hast du schon eine Vermutung, was hier was ist? Also sechs der 24 Kinder. Das heißt, die ganze Klasse, alle sind 24. Das muss somit der Grundwert sein. Sechs hier ist ein gewisser Prozentwert. Und die Prozente, also P, den Prozentsatz, den suchen wir. Jetzt brauchen wir eine Formel für P. Wenn du die auswendig weißt, kannst du sie ganz einfach ausschreiben. Ich mache das hier jetzt auch gleich mal. Und zwar geht die genau so. P ist W durch G mal 100. Super. Jetzt brauchen wir nur noch einzusetzen. W ist 6. G ist 24. Und mal 100 hinten dran. Gut, dann können wir gleich weiterrechnen. 6 durch 24 ist dasselbe wie ein Viertel. Also 0,25. Du kannst es natürlich auch als Nebenrechnung ausrechnen, wenn du dir da noch unsicher bist. Und 0,25 mal 100 mit Kommaverschiebung. Das sind 25 Prozent. Super. Und wir haben unsere Lösung schon gefunden. 25 Prozent der Kinder dieser Klasse haben also ein sehr guter Schularbeit. Falls du dir diese Formel nicht so gut merkst, was ich verstehen kann, machen wir jetzt die zweite Möglichkeit, wo du sie dir nicht auswendig merken brauchst. Versuchen wir, die Aufgabe wieder in einen Satz zu fassen. Die Prozente kenne ich ja leider noch nicht. Also schreibe ich mal P her. P Prozent. Dann muss ich mir wieder überlegen, wovon. Naja, von der ganzen Klasse. Also von 24 Kindern. Ich markiere das Ganze hier wieder farbig. Und was soll da dann rauskommen? Das sind genau diese sechs Kinder, die einen Einser haben. Irgendwelche Prozent von den ganzen Kindern sind die sechs Kinder, die einen Einser haben. Okay? Übersetzen wir das jetzt als Gleichung. P Prozent sind P Hundertstel. Klar. Das von übersetze ich jetzt als mal. 24 und raus kommt sechs. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch auf P ist gleich umformen. Das heißt, die 24 müssen mal auf die andere Seite. Ich dividiere also durch 24. Links bleibt somit P Hundertstel stehen. Und rechts sechs Vierundzwanzigstel. Jetzt muss ich das Ganze noch mal 100 rechnen, damit diese 100 auch auf die rechte Seite kommen. P ist somit sechs Vierundzwanzigstel mal 100. Und siehe da, das ist jetzt genau dasselbe, was wir da herüben schon gerechnet haben. Ich übernehme das jetzt also einfach nur. Hier, diese Formel kommt nämlich dadurch zustande, dass man das genauso umformt, wie ich das hier gerade gemacht habe. P sind 25 Prozent. Perfekt. Ich unterstreiche das Ganze wieder. Du siehst, es gibt also wieder einige Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich möchte dir jetzt noch eine ganz, ganz, ganz schnelle Möglichkeit zeigen. Eine dritte Möglichkeit, die wir auch im letzten Video ganz kurz besprochen haben. Nämlich kann man das Ganze auch ganz ohne P, G und W machen, indem man sich einfach den relativen Anteil berechnet. Der relative Anteil, was war das noch mal und wie ging das noch mal? Sechs der 24 Kinder. Wie viel sind das? Wenn du weißt, beim relativen Anteil, dass man diese sechs von 24 berechnen kann, indem man das von als Bruch übersetzt, bist du eigentlich schon fertig. Dann sechs, vierundzwanzigstel, ist dasselbe wie ein Viertel, also 0,25. Und das musst du nur noch als Prozente übersetzen. 0,25, Dezimalzahl, entspricht genau 25 Prozent. Und fertig sind wir. Das heißt, du siehst, auch ohne Prozentsatzgrundwert, Prozentwert kann man das ganz, ganz leicht berechnen. Du musst für dich entscheiden, ob diese erste Möglichkeit mit der Formel auswendig merken oder die zweite mit dem Satz und dem Umformen oder vielleicht doch besser die dritte mit dem relativen Anteil am besten zu dir passt. Wichtig, überall kommt dasselbe heraus. Das heißt, jede Möglichkeit führt zum selben Ziel. Gut, jetzt darf ich natürlich nicht auf die Antwort vergessen. Das muss ich auch noch dazu schreiben. Und zwar wissen wir jetzt, dass 25 Prozent der Klasse, das war die 2a, wenn sie sehr gut auf die Schularbeit hatten. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ich schreibe das Ganze hier unten schön auf. Super. Das heißt, für dich zum Festhalten viele, viele Möglichkeiten. Aber such dir eine aus, mit der du am besten klarkommst. Übe sie vielleicht noch in deinem nächsten Video. Da bist du dann schon nur in der Reihe und du darfst selbst einen Prozentsatz berechnen. Tschüss und bis dann. Bis dann. Ich gehe das noch in deinem Seite.